Ich liebe einfach toxische Spieler im 1 vs. 1. Hier zum Beispiel bin ich open net, weil er den Ball einfach nicht gut toucht. Ich gehe 1 zu 0 in Führung und von ihm kommt sarkastisch nice goal. Dann mache ich einen ziemlich nicen Flick und zwar den hier. Ball ist drin 2 zu 0 und von ihm kommt wow skills. Ähm, okay. Und dann hole ich meine Geheimwaffe raus und zwar eine Demo. Jetzt bin ich super open. Er spawnt leider nie, trotzdem ist der Ball drin 3 zu 1. Und er fragt mich, ob ich von Sternzeichen Krebs bin. Ja, das musste ich so umschreiben, damit das Video nicht gesperrt wird hier auf TikTok oder bei YouTube Shorts. Jetzt gibt es nochmal ein Gegentor für mich. Er schreibt dreimal guter Pass, aber jetzt kommt das i-Tüpfelchen und zwar schreibt er Geh Minecraft spielen, das geht auf jeden Fall viel zu weit. Und deswegen bin ich froh, dass ich diese Runde mit 5 zu 4 gewonnen habe. GG an dich.